Musik Hey Leute und damit willkommen zu einer neuen Folge Survival Games mit dabei ist hier der Daniel Und oh das ist ein geiles Cape Und was bekomme ich in der Mitte? Ein Steinschwert und ein Goldapfel Daniel ich komme zu dir Machen wir das so Daniel Dass wir einfach auf irgendwelche Spiele drauf gehen Und versuchen ein bisschen Kills zu machen Ja aber ich habe noch kein Schwert Oh Daniel pass auf Oh Warte Dieser Johnny Ja nice Okay Ich habe jetzt auch die Labymod drin Damit ich blockhitten kann Da haben wir sehr viele Leute empfohlen haben in den Kommentaren Ey Anton warum tust du nicht blockhitten Da wirst du erstmal in PvP besser Also Leute wenn wir diese Runde gewinnen Dann fahren wir ins Legoland Hey wie hat ihr überlebt dieser kleine Hurensohn Und da sind wir auch schon wieder Bei der nächsten Runde Genau Daniel ich habe so geiles Equipment Zieh das mal rein Okay heute wollte ich meine ganzen Freunde löschen Ich wollte ganz kurz das Video stoppen Denn ich labere einfach zu viel Scheiße Gerade in diesem Abschnitt des Videos Deswegen wollte ich euch ganz kurz mal aufklären Ich habe meine ganzen Freunde auf Gomme gelöscht Da ich sehr viele Freunde noch von früher drin hatte Und ich wollte einfach den neuen Zuschauern die Möglichkeit geben Mich zu adden auf den Gomme-Server Und Penis Und deswegen werde ich jetzt Alle Freunde löschen Friend remove all Oder wie war der Befehl? Scheiße Friend remove all Und Geht nicht warte Ich glaube mit friend reset war das Irgendwas Friend reset Geht auch nicht Hä was war da der Befehl überhaupt? Ah Daniel ich habe es jetzt herausgefunden Slash friend clear Und go Ah ich muss noch bestätigen Und Jetzt ist die Zeit gekommen Oh scheiße alter Daniel nein Nein So viele Leute einfach gelöscht Und sein Name ist John Cena